Herr Mayer, wer ist das? Wer ist dieser Corona-Mob? Was wissen Sie über diese Menschen? Ja, erstmal ist natürlich das sehr stark zu kritisieren, dass sich jetzt in diesen Zeiten dort über 1000 Menschen versammelt haben. Das ist rechtswidrig. Es gibt zwar eine Möglichkeit zu demonstrieren, im begrenzten Rahmen, 35 Teilnehmer mit Abstand und so weiter und so fort, wissen die Menschen auch. Wer dort aufgetreten ist, auch aggressiv aufgetreten ist, das ist eine Mischung, würde ich mal sagen. Nach unserem Kenntnisstand sind es Rechtsextremisten, gerade auch in Greiz, unter anderem auch aus dem Nachbarland Sachsen rübergekommen, aber auch eigene. Es sind Querdenker darunter, radikalisierte Impfgegner. Also es ist so eine Mischung, die ist halt sehr kritisch zu beurteilen. Wer ist das eigentlich? Wer sind eigentlich Querdenker? Was verstehen Sie als Innenminister darunter? Naja, das ist jetzt ein Überbegriff. Darunter sind verschiedene Gruppen, die sich dann unter dieser Bewegung gesammelt haben. Anfangs waren es tatsächlich Menschen, die Sorgen hatten um den eigenen Betrieb und so weiter und so fort. Völlig legitim. Aber diese Bewegung hat sich ganz klar radikalisiert. Wir wissen auch, die Zusammenarbeit zum Beispiel mit Reichsbürgern ist sehr eng. Da gab es Treffen von Führungsleuten, die sich da miteinander strategisch ausgetauscht haben und so weiter und so fort. Das sind die Impfgegner darunter. Also es ist eine, in Anführungszeichen, bunte Mischung, die aber aus unserer Sicht sehr, sehr gefährlich ist. Hier sind in diesem Fall in Greiz sind Flaschen geflogen auf Polizisten. Hier wurde geprügelt eben. Hier ist Pyrotechnik zum Einsatz gekommen. Fackeln wieder, die wir sehen, um das Ganze noch massiver wirken zu lassen. Das, was wir eben kurz vorher auch in Sachsen gesehen haben, das sehen wir in vielen Teilen Deutschlands aktuell. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul bei uns. Kommen diese Menschen nach Ihren Beobachtungen aus der Mitte der Gesellschaft? Sie kommen aus mehreren Teilen der Gesellschaft. Der Kollege hat das ja gerade richtig beschrieben. Es waren am Anfang sehr viel besorgte Menschen. Es waren Leute, die grundsätzlich gegen Impfen sind. Es gab Leute, die aus der esoterischen Bewegung kommen. Und immer mehr ist das übergeschwappt in den rechtsextremistischen Bereich. Wir können heute feststellen, dass Rechtsextremisten diese Bewegung, diese Unruhe, diesen Ärger von Menschen missbrauchen für ihre Zwecke. Umgekehrt muss man sagen, diese Menschen lassen sich aber auch missbrauchen. Und deswegen muss das klar benannt werden. Das kann so nicht weitergehen. Das darf sich nicht weiter eskalieren. Wir merken, dass immer mehr von denen, die da unterwegs sind, sich gar nicht mehr mit dem Impfen beschäftigen, sondern mehr demokratiefeindliche Töne sind, verfassungswidrige Töne dabei sind, Sprache auftauscht, die viel zu tun hat mit dem, was Aura Bokubala in dem rechtsextremen Bereich auftaucht. Also das macht mir große Sorgen, weil das sich immer weiterentwickelt. Und manchmal habe ich den Eindruck, egal was der anders ist, die gehen zusammen auf die Straße, um ihren Missbot gegen den Staat zu artikulieren. Ja, und das ist ja zunehmend auch gewalttätig, Frau Leuthauser-Schnarrenberger. Macht Ihnen das Angst, was da gerade irgendwie brodelt, diese komische Menge, die gerade Herr Reul und Herr Mayer versucht haben zu beschreiben, zu identifizieren? Macht Ihnen das Angst, diese auch zunehmende Gewaltbereitschaft? Also es zeigt auf alle Fälle, dass doch eben mehr Bürgerinnen und Bürger sagen, sie wollen das sich nicht gefallen lassen, was hier Regierungen, Bund und Ländesebene entscheiden. Sie wenden sich, wie eben Herr Reul richtig sagte, gegen den Staat. Da haben sie eine Einheit, obwohl wir alle der Staat sind, wo sie ihre Wut ablassen können. Und ich glaube, was uns sehr beschäftigen und auch besorgt machen lassen muss, ist, dass es eben so unterschiedliche Motivationen gibt, die aber auch in den radikalen bis extremistischen Bereich hineingehen. Aber es ist ja nicht eine Organisation, die man leichter auch von den Verfassungsschutzbehörden überwachen könnte, sondern die setzt sich ja zusammen aus vielen Bürgern. Und ich sage ganz klar, jeder, der da hingeht und mitmacht und sieht, da entwickelt sich eine Demo, manche sind erlaubt, aber nicht in diesem Ausmaß, manche Versammlungen waren auch illegal. Und Sie sehen, dass da solche Parolen gegrölt werden. Der macht sich mitschuldig, der muss da weg sein. Man kann nicht sagen, ich will meine Meinung sagen und unterstütze damit Rechtsextreme, denn auch da sind verschiedene Gruppierungen da, die das für sich nutzen. Das ist es unglaublich. Vielen Dank.